Das Buch, Weird Scenes, Weird Scenes Inside the Canyon. Ja, und dann hat der Buchautor halt eben dann einfach richtig professionell halt Zielprofile gemacht. Zielprofile gemacht zu diesen ganzen großen Bands und diese Szene aus Los Angeles, aus diesem einen gewissen Gebiet da, diese Canyon. Also ein Zielprofil nach dem anderen, auch die ganzen wichtigen Verbindungspersonen und Manager und so weiter. Und ganz professionell gemacht, so wie wir das auch den Leuten empfehlen, auch beibringen in unserem Buch Masterclass, denke wie ein Geheimdienstler. Und er fand halt eben dann raus, dass diese ganzen großen Stars der 60er und so, die Counterculture, diese ganzen Stars wurden gemacht in einem gewissen Gebiet Los Angeles. Alle wichtigen Musiker und so Schreiber und Producer, deren Eltern, Großeltern, Verwandte, die waren alle im Militär, die waren alle bei den Geheimdiensten und praktisch niemand von diesen Musikern wurde jemals dann eingezogen zum Vietnamkrieg. Und wie gesagt, das ist das Plakativste Beispiel, Jim Morrison von The Doors, also mein Vater hörte das Zeug endlos, ich musste mit dem Zeug aufwachsen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Male ich dieses Best-Of hören musste von The Doors. Also bis in das letzte Kaffee hinein reichte diese Kultur-Mafia. Also mein Vater hörte das Zeug endlos zu Hause im Auto, also diese sichere Pseudo-Rebellion. Der Vater von Jim Morrison, von The Doors, der Vater war Rear Admiral George Stephen Morrison. Und dieser ältere Morrison, der leitete den Essex-Class-Flugzeugträger USS Bonhomme Richard und er leitete diese Trägergruppe während dem Golf von Tonkin-Vorfall im August 1964. Also da wollte man anscheinend einen Angriff provozieren, damals behauptet es gab einen Angriff gegen die US-Kräfte und dann ging es halt so richtig los mit dem Vietnamkrieg. Und das heißt einerseits, das US-Establishment schufte Vorwand für Vietnam, ging dann in Vietnam richtig rein und gleichzeitig bastelte das US-Establishment so die Protestbewegung und zog das halt alles dann in Richtung LSD, Partys und ja und halt einfach diese Kunstschiene. Also anstatt dass die Leute sich halt dann, dass die Leute halt dann irgendwas richtiges lernen an Skills und einsetzen, stattdessen gab man den Leuten Unterhaltung. Es heißt hier, Jim Morrison hätte einen Intelligenzquotienten gehabt von 149, der hat einen Haufen Zeug gelesen, also Literatur, interessierte sich für Dämonen und Jim Morrison hatte nichts mit Musik zu tun. Also er hat dann Film studiert, keine Erfahrung als Singer, keine Erfahrung als Musikschreiber, er konnte Musik nicht schreiben. Das heißt weder das System noch hatte er die Fähigkeit irgendwie am Klavier zu arbeiten und halt an Songideen zu basteln. Trotzdem wurde er dann der große Topmusiker und hatte sofort eine ganze Reihe an Hitsongs parat, die man nur noch produzieren musste. Also alles schon fertig geschrieben. Die Band The Doors wurde benannt nach Aldous Huxleys Buch The Doors of Perception, das Buchstaben von 1954 und Mr. Aldous Huxley hatte da eben seine Psychedelika-Erfahrungen hier mit Mescaline verarbeitet. Also und all diese Musikanten oder Pseudomusikanten, die waren dann hier in dieser einen Gegend, nämlich Laurel Canyon in den Hügeln von Los Angeles. Also David Crosby von The Birds, er mit diesem Song Mr. Tambourine Man, The Mamas and the Papas, Frank Zapper, Neil Young, The Doors und einige andere. Frank Zapper hasste eigentlich die Hippies. Sein Vater war Spezialist für chemische Waffen beim Edgewood Arsenal. Der Manager Herb Cohen war ein Ex-Soldat. Frank Zappers Frau soll im selben Kindergarten gewesen sein wie Jim Morrison. Und Morrison war in der Highschool zusammen mit John Phillips, der Mann hinter dem Song San Francisco, also der Hippie-Ära-Song schlechthin. Und Phillips hatte auch einen militärischen Familienhintergrund. Alle von denen. Stephen Stills entspringt auch dem Canyon. Die Bands Buffalo Springfield und Crosby, Stills & Nash. Alle mit militärischen Connections. Dann heißt es in dem Buch, David Crosby hatte familiäre Verbindungen zu dem Van Rensselaer-Clan und dem Schuiler-Clan. Und dann musste der Autor halt erstmal ausholen und sagen, wie wichtig diese Clans sind. Also es geht halt durch die ganze US-Geschichte hindurch. Und bei mir ist dann sofort geklingelt, weil ich stieß auf den Clan Van Rensselaer und Schuiler bei meinen Forschungen zu der Fake American Revolution. Also der Fake Independence. Das ist ein Thema, das außer mir irgendwie praktisch niemand gemacht hat. Und da tauchen eben diese Clans auf Van Rensselaer und Schuiler. Dann, als diese Sharon Tate-Morde passierten, also von Charles Manson und dessen Gruppe. Sharon Tate kannte die Stars aus Laurel Canyon. Und auch Manson hatte Connections zu Laurel Canyon. Die hingen da alle miteinander ab. Auch andere Leute, Terry Melcher, glaube ich, war verkehrt in den Kreisen und so weiter. Und was dann eben auffällig ist, was in dem Buch auch geschildert wird, Punkt für Punkt. Zig Leute mit Verbindungen zu Laurel Canyon starben. Auch die verschiedensten Arten und Weisen. Ja, das kann man vielleicht bei manchen Fällen noch erklären mit Drogenüberdosis und Autounfällen. Aber irgendwann wird es einfach dann doch sehr verdächtig. Jetzt kann man eben natürlich den Verdacht aufstellen, dass es halt in diesen Kreisen, dass da einfach unglaublich psychopathische Aktivitäten dabei waren. Psychopathische, kriminelle Aktivitäten, auch okkultistische Aktivitäten. Diese aber zu dokumentieren im Nachhinein wird unglaublich schwierig. Also das heißt, man muss da immer vorsichtig sein und halt eben professionell agieren und sagen, das ist bekannt, das ist noch nicht bekannt. Das heißt, manche Sachen, die damals liefen, also in Laurel Canyon, manche Sachen, die damals liefen, sind heute wahrscheinlich kaum noch der Rede wert. Also das heißt, Homosexualität oder sich irgendwelche BDSM-Spielereien und so. Das war ja damals, war das ja unglaublich tabu und illegal oftmals und man wäre gesellschaftlich gekreuzigt worden und so. Und auch einfach generell solche Pornopartys, also so Binge-Partys, wo halt dann die Stars halt sich dann die Kante geben, drei Tage lang nur Drogen, Alk und Sex und so. Das galt damals halt als unglaublich kontrovers und musste geheim gehalten werden, aber heute würde es ein großes Gähnen auslösen. Das heißt, so einige Aktivitäten sind nach heutigen Maßstäben wohl ziemlich belanglos, aber andere Aktivitäten waren stattdessen wahrscheinlich dann wirklich psychopathisch und okkultistisch und kriminell. Und es ist eben nicht ganz klar, warum eben so viele Leute starben, wie viele Morde dabei waren und aus welchen Motiven diese Morde begangen wurden. Also vielleicht wurde es dem einen dann doch ein bisschen zu heikel, der ein oder andere hat dann vielleicht doch plappern wollen oder hat geplappert. Es erinnert alles ein bisschen an die Geheimgesellschaften, ein bisschen die ganze Antike zurück. Also wer über den Mithras-Kult gesprochen hatte vor tausenden von Jahren, der wurde gekillt. Deswegen haben wir auch absolut null Schriften darüber erhalten geblieben, was in dem Mithras-Kult überhaupt abging. Es gibt nur ein paar Ausgrabungen, man weiß halt durch die Ausgrabungen, es gab irgendwie sieben Grade. Wir wissen ungefähr, dass halt die mächtigsten, formell mächtigsten Leute im Römischen Reich Mitglied waren, aber auch aus jeder anderen Gesellschaftsschicht waren da Leute mit drin. Ja, man fand auch irgendwie glaube ich Spuren von gefesselten Toten in diesen Mithras-Tempeln. Und die Frage ist halt, warum gingen die reichsten, mächtigsten Leute in diese kleinen, stickigen Höhlentempel abgeschieden? Ja, stickig. Dann teilweise waren die versteckt im Kellergewölbe von irgendeinem Haus in Rom oder was oder in der Hauptstadt. Und überall hier von germanischen oder jetzt deutschen Gegenden bis runter nach Nordafrika, überall fand man diese Mithras-Kultstätten. Warum gingen diese mächtigen Leute in diese stickigen Dinge? Es gab doch diese großen ausladenden Tempel für halt Gedöns. Warum die Abgeschiebenheit? Warum diese Kultstätten, wo man nicht nachvollziehen konnte, was da jemand getrieben hat? Wo man nicht nachvollziehen konnte, wer das gebaut hat? Wo der Bau auch nicht aufgefallen wäre, großartig. Das ist im Gegensatz zu jetzt irgendeinem Megatempel. Das sieht echt nicht gut aus, meine Damen und Herren. Ich meine, wir wissen aus, also man kann inzwischen, die Forschung hat inzwischen rekonstruieren können. Also egal, ob jetzt das alte ägyptische Reich oder halt sich andere Imperien der Antike, die haben sich da die Kante gegeben mit Drogen, vor allem psychedelische Drogen, Psychedelika. Und wenn du halt eben dann die Mischung hast aus Psychopathie, Psychedelika und halt irgendeinem religiösen Ideenkonstrukt, dann hast du halt wirklich dann das Rezept für absoluten Fanatismus. Ja, also gerade wenn damals die Wissenschaft noch nicht wirklich so existierte und die dann wirklich Quatsch glaubten. Also du musst Ritual so und so machen, damit die Ernte was wird. Ja, du musst irgendwie Ritual so und so machen, um die bösen Geister oder halt irgendwelche Geister oder so in Schach zu halten, die dir schaden könnten. Oder du musst halt so und so ein Ritual machen, um böse Geister für dich nutzbar zu machen, damit die halt in deinem Sinne irgendwas beeinflussen. Also wie gesagt, wir haben Forschungen inzwischen über den Psychedelika missbraucht damals, wir haben Forschungen, wie die Imperien damals tickten, total brutal. Und wir haben Forschungen halt über das moderne, also moderne Forschungen über das menschliche Böse, Psychopathie, Narzissmos und andere Persönlichkeitsstörungen. Ja, das heißt, wenn wir bestimmte Elemente zusammenkommen, dann hast du halt so eine richtig krasse Geschichte am Laufen. Aber es ist auch bekannt eben durch halt die Forschung, dass halt viele Mysterienkulte der Antike vergleichsweise harmlos waren. Manche waren auch nur semi-geheim, manche waren auch relativ öffentlich und das war jetzt auch nicht unbedingt immer nur so total krasses Zeug. Ja, das heißt, man kann jetzt auch nicht auf jeden Cast deuten in der Antike und sagen, das war ritueller, okkultistischer, psychopathischer Dreck, sondern vieles war auch einfach nur harmlos. Und genauso professionell muss man halt eben dann rangehen an diese Vorfälle in den 60s, in den 70s und so weiter und das hat sich ja bis heute durchgezogen. Also Hollywood hat sich nie groß verändert, die Plattenindustrie, Filmindustrie, hat sich alles nie großartig verändert. Ich meine, alle Ideologien sind irgendwo in den 60s auch stehen geblieben. Ich meine, die Linken haben nichts Neues mehr irgendwie sich zusammengesponnen seit den 60s, die Konservativen auch nicht, die Demokraten im Sinne der Aufklärung auch nicht, nicht, Libertären auch nicht und die Verschwörungsmedien, Verschwörungsideologie ist auch in den 60s hängen geblieben, stehen geblieben. Da kam nie was Neues. Das ist wie, als wäre es eingefroren gewesen. Also, wechseln wir hier mal schnell auf die andere Kamera. Das ist, denke ich, ein bisschen bequemer hier, wenn ich hier durch meine Notizen durchgehe. Das heißt, erst mal so ein bisschen der Überblick über dieses Buch, dann eben dann die Geheimdienste im Kalten Krieg mit den Rockbands und dann eben noch die modernere Phase in Bezug auf die Band Rammstein. Gerade natürlich dann hier viel, viel Gerede dazu in den Massenmedien. Ganz auffällige Geschichte, ganz auffälliges Timing. Der Link für den Detail ist natürlich auch hier auf recenter.com. Also, das hier ist meine korrekte Maus. Seit früher habe ich mit vier, fünf Mäusen und genauso vielen Tastaturen hantiert. Das war für mich immer normal. Wie gesagt, der eine oder andere kann sich wahrscheinlich daran erinnern an diese Ära von recenter, beziehungsweise Infokrieg. Also, dann haben wir hier meinen Button. Also, dann gab es diese Lookout Mountain Air Force Station. Das war halt so eine Anlage, auch da in der Nähe, wo diese ganzen Künstler waren. Das war eine Anlage von der US-Luftwaffe. US Air Force. Und da ging es halt darum, man wollte halt ein geheimes Studio haben, um Filme zu produzieren fürs Militär. Also, irgendwelche Lehrfilme oder man filmte halt Atomwaffentests und so. Dieses Material war dann so geheim, man wollte das nicht an irgendein gewöhnliches Studio geben, wo es dann vielleicht nach draußen liegt, ja, sondern das sollte halt eine ganz eigene Facility sein. Also, bis in die 1990er Jahre war dieses Studio komplett geheim. Also, die hatten eine richtige Soundstage, also ein Lab zum Entwickeln vom Film, Screening-Räume, Editing-Räume, ein Animations-Department, Sound-Mixing-Studio und, 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 und Lagerungen für halt Filmmaterial. Also, man holte sich dann für, man holte sich als Schauspieler und als Sprecher für diese Produktionen halt Talente, die dann halt generell auch berühmt wurden. Bob Hope, Jimmy Stewart, James Garner, Gregory Peck, Glenn Ford, Lee Marvin. Also, Bob Hope sagt mir zumindest noch was und Gregory Peck sagt mir was. Ich glaube, Captain Horatio Hornblower hat er gespielt in dieser einen Verfilmung. Das habe ich als Kind immer gesehen, also da kenne ich sogar noch Gregory Peck. Das heißt, aus dieser Ecke kamen dann auch diese neuen Schauspieler-Stars. Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern, auch der Regisseur Roger Corman. Der hat immer diese günstigen Filme gemacht, hat damit irgendwie trotzdem immer Geld verdient. Ich glaube, 80% seiner Filme haben Profit erwirtschaftet, was unerhört war in Hollywood. Und Roger Corman war dann so der Mentor für James Cameron. Also, James Cameron war so eine Art Assistent erstmal für Roger Corman. Hat halt irgendwann das Mädchen für alles. Hat dann Effekte gemacht, dann so Hintergrund-Paintings, also Backdrop-Painter und so. Und da hat sich dann eben James Cameron und alles Mögliche abgeguckt, wie du halt mit geringem Budget halt irgendeinen Film zusammen machst. Und schließlich kam es dann halt eben zu der Idee für den ersten Terminator. Wobei das Konzept der Story, das hat er sich dann woanders abgeguckt. Ich glaube, Harlan Ellison hieß der, da hat er sich dann inspirieren lassen. Aber es war ein richtig gutes Screenplay. Der Terminator war ein richtig guter Film und dann ging dann die Karriere von James Cameron richtig los. Und ich war ja nicht mehr ein großer Fan von den Terminator-Filmen, den ersten zwei. Und vor allem seinem Film 1986, Aliens. Also das war ja auch so ein bisschen Anlehnung an den Vietnamkrieg. Du hast halt so die amerikanischen Soldaten, also Weltraumsoldaten. Und du hast dann einen Low-Tech-Gegner, in dem Fall diese Aliens. Und die Amerikaner gehen da halt rein zu so einer Rettungsmission und denken dann, sie ballern hier alles über den Haufen und tragen den Sieg davon, aber es geht dann alles vollkommen schief. Das heißt, am Ende geht es nur noch ums Überleben. Und viele Elemente in Aliens waren halt Anspielungen auf Vietnam. Da merkt man auch den großen Einfluss von Cameron. Ja, dann irgendwo, es gibt auf YouTube ein Video, wo Cameron erzählt, wie er immer LSD genommen hat mit seinen Freunden und Girlfriends und so. Also, waren sie mal irgendwie campen und an einem Fluss und so. Und dann waren sie alle stoned auf LSD. Und irgendjemand, da wollten sie alten Müll verbrennen aus dem Auto. Waren aber alte Patronen noch mit dabei, so 22er Patronen. Und die Patronen platzten dann und die Geschosse gingen in alle Richtungen. Und James Cameron, stoned out of his mind, hatte dann noch die Geistesgegenwart, um halt irgendwie Wasser zu holen vom Fluss und dieses Feuer auszumachen. Also halt ganz klassisch, wie aus dieser Ecke halt auch LSD, Antikriegsgedöns, linke Gesinnung, ja, das war alles typisch James Cameron. Dann Bruce Dern hatte als Paten Eleanor Roosevelt und Dennis Hoppers Vater war im OSS anscheinend, also im Vorläufer des CIA. Die Rolling Stones verbrachten Zeit dort im Canyon, arbeiteten auch mit Kenneth Anger zusammen. Elvis Presley war dort eine Weile. Sogar Elvis hatte damit zu tun. Dann Jim Morrison hatte ja, wie erwähnt, keine Musik gelernt, hatte eigentlich nicht gesungen. Die Bandmitglieder hatten keine Erfahrung. Aber durch diese Connections halt in diesem Canyon, da kam es halt dann zu der großen Karriere. Also Laurel Canyon in den Hügeln von Los Angeles. Tja, und das heißt, das hatten alles die Geheimdienste verwaltet und so die Bundespolizei, FBI, war natürlich dann in Amerika nicht happy, dass da dann so viele Kommunisten-Stars auf der Welt rumliefen. Also zum Beispiel das FBI, das FBI hatte dann gewarnt vor John Lennon von den Beatles. Später dann Solo-Karriere und so. Also hieß es dann eben dann, John Lennon, John Lennon ist halt ein totaler Kommunist, unterstützt kommunistische Zwecke und so und jada, jada, jada. Ähm, gleichzeitig bekamen die Beatles den adeligen Orden verliehen. Ja, Order of the British Empire. Hier von dem britischen Königshaus. Also das heißt, es gab so ein Song Revolution und, ja, oder es gab diesen Song Revolution und da hat er dann so ein paar Fans enttäuscht, Mr. Lennon, weil er halt eben dann nicht mehr so eine Art maoistische Revolution per Gewalt gepredigt hat wie in China, sondern er wollte einfach einen Plan, also einen friedlichen Plan, wie man die Gesellschaft hat irgendwie infiltriert und so. Lennon meinte auch die, Lennon meinte auch öffentlich, das Christentum wird verschwinden, äh, wir die Beatles sind jetzt populärer als Jesus, äh, und so weiter und kaum jemand hatte diese Kommentare, er hat irgendwie registriert in England, aber in Amerika ein paar Monate später fühlte das Ganze halt zu einem großen Skandal. Lennon nahm, äh, zu viel LSD, also er hat sich fast hier komplett aufgelöst, der Mann. Und natürlich kam es nie zu der großen linken Rebellion. Ich meine, die Einzige, die ganzen linken Kreise in England waren sowieso gesteuert vom Hochadel und von den Geheimdiensten über die Fabians und so, ähm, so lief das Ganze eben. Äh, also das heißt, äh, ist es, man muss sich da ganz, ganz schrittweise annähern, wie krass die Beatles wirklich drauf waren oder die Rolling Stones. Ich meine, es reicht halt nicht, wenn die dann so ein Album rausbrachten, äh, Her Majesty's Satanic Request, Songs wie Sympathy for the Devil. Äh, dann Keith Richards, das Girlfriend Anita Pallenberg, deutsches Model, die war anscheinend ziemlich krass hier im Okkultismus mit drin. Aber kann auch nur dummes Getue gewesen sein, ja, wirklich bedeutungsloses Getue. Tja, natürlich bekanntermaßen ein großer Einfluss von Alistair Crowley, also Crowley beeinflusste ja alle großen Bands damals, auch David Bowie. Ähm, äh, ja, dann meinte David Bowie, Rock, Rock'n'Roll ist gefährlich, also da gibt's irgendwas Dunkleres, als, also das ist noch dunkler als wir selbst, und bla bla bla. Led Zeppelin's Jimmy Page, der war so ein ziemlich krasser Okkultist, aber es hat eben dann die Frage, wie krass ist es dann letztendlich gewesen, also Seancen, okkulte Artefakte sammeln und so, äh, dann hat er dieses Bowlskin-Haus gekauft, Crowleys ehemaliges Zuhause bei Loch Ness in Schottland. Äh, und irgendwann hatte dann sich, äh, Jimmy Page auch gar nicht mehr öffentlich geäußert, zu dem, äh, zu dem Thema, aber dann gesagt, ja, das wird ihm halt immer nur negativ ausgelegt. Also es ist halt viel, es gab dann eben dann manche, die, ähm, es gab dann eben manche, die haben dann einfach mal pauschal erklärt, ja, ja, das waren total die krassen Satanisten, und die machten dann psychopathische, kranke Rituale und so, aber man muss sich da einfach wirklich schrittweise annähern und auch eben sich dann damit zufrieden geben, wenn man eine endgültige Antwort, äh, so nicht finden kann. Ich meine, gerade Satanismus wurde ja, ähm, also durch die Church of Satan, das war eine eher unbedeutende Organisation, aber auch anderweitig. Also Satanismus wurde ja oftmals vermarktet als, ähm, freiheitliche Rebellion gegen Rechts, äh, gegen eine rechte Obrigkeit und gegen eine christliche Obrigkeit. Ja, also dann haben wir gesagt, schaut her, die katholische Kirche hat das und das gemacht und, ähm, und diese und die Indianer ausgerottet, hat man, haben die, haben die christlichen Eliten, haben die Ureinwohner, äh, die Ureinwohner Amerikas ausgerottet und dies und des und dann wollen sie uns noch die Drogen verbieten, dann wollen sie uns freien Sex verbieten und Spaß verbieten und so. Das war ja damals eine andere Zeit, da war ja wirklich alles verboten. Da wurden Leute gnadenlos verfolgt, weil sie schwul waren oder lesbisch, ähm, und, und, das haben sich dann eben so manche Gruppen zunutze gemacht und haben halt eben dann, halt vor allem Künstler und solche Leute angeworben und so und rekrutierten denen und gesagt, hey, wir sind die Coolen, äh, wir brechen jetzt nur, sag ich mal, blödsinnige Regeln, die sowieso weg müssen und schrittweise konnte man Leute eben dann auch einwickeln in halt, ja, Grenzüberschreitungen. Also dann hieß es dann irgendwie, hey, äh, also so wie Crowley dann, Sex mit Tieren und des und jenes und du musst halt noch irgendwas Krasseres machen und noch irgendwas Krasseres und, äh, ähm, und dann konnte man eben schon immer vorfühlen, wie derjenige reagiert, ob derjenige bereit ist zur nächsten Grenzverletzung oder nicht. Ja, das ist, das sind alte Spielchen. Ich meine, das hatten, wir ja schon gesehen, in einem Hellfire Club, in diesen, äh, exklusiven Clubstar in England, ähm, mit Benjamin Franklin und so, der wurde ja gefeiert, bis sich die Balken bogen und es gab auch viel Spionage, gerade auch im Zusammenhang mit der Wissenschaftsorganisation Royal Society. Also ich empfehle Ihnen da meine Bücher dazu. Finden das unter shop.recenter.com Also da hat man genauso halt gearbeitet mit diesen Grenzüberschreitungen und Feiern und Dings. Man wollte sich halt die Sympathien sichern von den Leuten. Und man wollte halt eben dann auch Leuten, um sie zu steuern, man wollte denen den Freiraum bieten. Hey, du hast hier Zugriff auf, äh, Sex und Drogen und, und Party, äh, und, äh, du hast aber nur quasi Zugriff drauf, straffrei und sicher, solange du in unserem Club bist. Ja, ansonsten bist du in allen Regeln unterworfen wie jede normale Steuerzahler. Ähm, also das, das, das gab es schon lange und, äh, genauso war es ja im Zusammenhang mit der französischen Revolution oder vor der französischen Revolution. Dann gab es ja auch viele aufklärerische Organisationen, ähm, viele Tarnorganisationen, das, Tarnorganisationen des britischen Geheimdienstes und des amerikanischen Geheimdienstes. Ähm, da hat man eben dann auch Leute angelockt aus Frankreich und gesagt, äh, hey, äh, ihr Franzosen, kommt doch mal in unsere Clubs, ja, wir feiern und wir tauschen uns über Wissenschaft aus und über Staatsphilosophie und so. Dann hat man eben übelst abgefeiert, ähm, und halt eben dann diese Ideen in den Raum geworfen. Ja, sollte der französische König nicht verschwinden? Sollte der nicht den Kopf kürzer gemacht werden? Oder halt, ja, sollte man nicht umstellen in Frankreich auf eine halbe Monarchie, so wie in Britannien, eine konstitutionelle Monarchie? Ja, so arbeitet man schon seit Urzeiten und, äh, fängt hier damit die Leute ein.